so da bin ich wieder lagerverwaltungstisch und sieh dir deine bestände an ok ok jetzt sehe ich was ich habe die kiste öffnen hier befülle die kiste mit getreide und milchprodukten befülle die kiste mit meeresfreien du nimmst zuerst die besten zutaten du nimmst zuerst die zutaten die am ehesten ablaufen hier alles raus dann noch hier zack und zack und zack dann wieder alles nehmen hier zack und zack dadurch habe ich dann noch das dann noch zack und dann noch zack ok dann habe ich alles jetzt hol die zutaten für den tag und befülle deine regal und zack ich habe es aufgefüllt jetzt sind hier die sachen auf unserer karte weißt du noch was wir immer in der kochschule zu hören bekam gut vorbereitung ist der schlüssel zum erfolg ja mit der neuen lieferung kannst du anfang alles für die generalprobe heute abend vorzubereiten max und ich werden uns wie echte gäste verhalten denk also daran ein paar sachen vorzubereiten genau wie an einem normalen tag also schneide tomatenscheiben das mache ich gerne jetzt zack tomaten schneide mozarella woher kriegt das einmal hier oder ja mozarella schalotten 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 kommt ich glaube ich hierher geschlafen pommes Pommes, ja Kartoffeln, genau. Hier. Mehlierte Sehzumfen. Bereite mehlierte Sehzumfen. Wo ist das? Nein, hier, nicht da. Nein, hier. Zack, Sehzumfen. Okay, dann stelle ich dieses Sehzumending hier hin. Und jetzt erstmal geht es ans Tomatenscheibenschneiden. Okay. Zack, 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 zack. Ausführen. Anfang. Zack, 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 zack. Anfang. Zack, 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 zack. Nehmen, nehmen, nehmen. Und dann haben wir das. Jetzt noch schneidet die hier. Was ist denn jetzt los, hä? Ne, mischen doch nicht. Schneide Pommes. Ja. Dann lass mich das doch machen. Hier. Ach so, das war einfach nur voll gerade. Zack. Und jetzt die Sehzumme. Nehmen. Was mache ich damit jetzt? Wie macht man das nochmal? Ja, was soll ich mit der Sehzumme? Ich soll hier hin. Richtig. Danke, dass es so eine Anleitung in dem Game gibt. Zack. Zack. Und schon haben wir das. Okay, und jetzt müssen wir damit hier hingehen. Okay, und dann hinterher. Genau. Also, bereite den Ding vor. Dann hier holen wir einmal das Mehl. Und dann gehen wir hier hin. Und packen das hier hin. Anfang. Zart. Und fertig. Dann nehmen wir das. Okay. Lager geschnittene Mozzarella im Kühlschrank. Wo ist denn der Kühlschrank? Sag mir bitte mal, wo der Kühlschrank ist. Ist das hier? Ne. Los, bitte. Ist das schön der Kühlschrank hier? Hä? Wo ist der Kühlschrank? Sag mir doch bitte, wo der Kühlschrank ist. Auch nicht. Wo ist der denn? Zeig mir jetzt, wo dieser Kühlschrank ist. Ist der hier? Oh, das hier. Was soll da rein? Mozzarella, Pommes, Schalotten, Sehzum und so alles. Und zack. Bereite gekochte grüne Bohnen auf dem Herzen. Aber ich will das mal sagen. Das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Abo, Like da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.